Hallo Freunde, willkommen zu meinem ersten Let's Play Star Wars The Old Republic. Als erstes werden wir uns hier jetzt mal einen Charakter erstellen. Nehmen wir doch einfach mal Republik. Gut. Jedi-Ritte habe ich schon, deswegen nehmen wir einfach mal Jedi-Botschafterin. Oder Botschafter. Gut. Das sieht doch ganz nett aus meiner Meinung. Neh, Twi'lek. Ja, nehmen wir mal Miralucan. Schlecht natürlich. Möge die Macht mit uns allen sein. So, Körperbau her. Dann ist das eigentlich schon ziemlich optimal. Ja, lass mal so. Auch mal vorne und unten. Einfacher, das Ganze ohne diese Maske. Das ist schon was. Dann... Ja. Ah, das sieht doch ganz okay aus. Narben, Narben. Ah, brauchen wir eigentlich keine. Wir werden hier ja einen richtig guten Weg einschlagen und Narben passen da nicht so gut dazu. Das sieht auch ganz okay aus. So, Masken. Oh. Oha. Hm. Man kann es auch übertreiben. Gott. Okay. Eigentlich sieht das doch ganz okay aus, oder? Aber das sieht halt... Das ist schon... schon heftig. Ah... Ah, nehmen wir mal das. Haare, Haare. Ja, aber nicht so was. Gähniges. Ja, ja. Ja. Ah. Oh Mann, wer läuft denn so rum? Nehmen wir einfach mal eine ganz normale. Haarfarbe. Schwarz. Ich muss hier mit dem Charakter etwas identifizieren können. Nehmen wir... Nehmen wir... Nehmen wir... Nehmen wir die Haarfarbe. Nehmen wir die Haarfarbe. Hautfarbe kann so bleiben. Name, 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 Name. Nehmen wir einfach mal... Fennec. Klingt vielleicht nicht unbedingt Jedi-Botschafter-mäßig, aber... Wir wollen ja... So. Zack, spielen wir einfach mal. Ja. Ich freue mich schon drauf. Es ist ja übrigens mein erstes Let's Play. Und ich bin da noch etwas unerfahren drin, muss ich zugeben. Aber, ähm... Ja, ich hoffe, es wird euch viel Spaß machen. Und, äh... Ja, ich werde da jetzt einfach mal die gesamte Storyline durchspielen. Und, ja. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon mal. Gucks. Ja. Ich freue mich sonst mal. Ja, weil du das Hillel schirmes. O come halt Postern auf ein bisschen die. Und, das kam... Mal001, duck so gut restieren. Aber dann wiesh tiro. Und wenn gibt es unterschiedlichen kommentier nicht mehr. Achtung, das ist Kok Teddy, Horst – das Mal рублей. sculptures apollen BR Пон Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, Jedi-Tempel, okay. Wir sind dann mal gespannt, wohin unsere Reise uns als Jedi-Botschafter führen wird quer durch die Galaxie. Ah, Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Siobakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Taifung. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Aha, begrüßt ihr alle Neuankämmlinge? Ich freue mich, hier zu sein. Dann will ich keine Zeit verlieren. Hm, ich freue mich. Zu sehen, wo die ersten Jedi wandelten. Zu trainieren, wo sie es taten, ist eine große Ehre. So eifrig. Eure neue Meisterin kommt sicher gut mit euch aus. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht habt. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuon ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Taifraun, um euch auszubilden. Eine Ausgrabung? Ich hoffe, ich bin ihrer würdig. Und trotzdem ist sie spät dran. Eine Ausgrabung. Ist Meisterin Yuon Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung. Oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle. Nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft. Nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos. Nur Harmonie. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Das ist Yuon. Da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Ich bin bereit. Also darum seid ihr spät dran. Was meint ihr? Was meint ihr? Ich will wissen, was los ist. Tython ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Lehr-Hologramme. Doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Fleischräuber? Vielleicht können wir sie ja retten. Warum? Es sind nur Hologramme. Vielleicht können wir sie ja retten. Können wir die Hologramme schwitzen? Jemand muss an den Fleischräubern vorbei und die Hologrammprojektoren bergen. Das soll die erste Aufgabe deiner Ausbildung sein. Ah, okay. Nein. Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus. Auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit vier Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Sehe ich auch so. Äh, ich verstehe meine Aufgabe. Das sehe ich an. Das ist gefährlich. Gut, ihr erkennt meinen Wert. Äh, gut, ihr erkennt meinen Wert. Gut, dass ihr meine Fähigkeiten mit dem nötigen Respekt bedenkt. Stolz ist keine Jedi-Tut, Padawan. Überheblichkeit auch nicht. Die Hologramme sind in den Narz. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Ah, okay. Das ist unsere erste Aufgabe. Gut. Die verschiedenen Hilfeoptionen hier brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr durchzulesen. Äh, das könnt ihr ja gerne später tun, wenn ihr das wollt. Einfach mal das Video pausieren und mal drauf gucken. Aber, ja. Machen wir einfach mal weiter. Okay. Gehen wir mal hier in den offenen Bereich. Okay. Okay. Na, das wissen wir ja. Dann weiter. Okay. Post haben wir auch schon. Taxis. Okay. Na, schauen wir uns jetzt mal unsere Fähigkeiten hier an. Schleudern. Schleudertrümmer auf dein Ziel, wo du durch das 59 bis 66 Genetik-Schaden erleidest. Schwache und normale Gegner werden aus den 30 Punkten lang betäubst und betäubst mit. Doppelstrahl. Ziel wird zweimal betroffen. Jeder Treffer verursacht 37 bis 42 Waffenschaden. Na, machen wir erstmal das Sprinten an. Und unsere Machtapferkeit. Das sieht doch gut aus. Meditation. Okay, ist das heilen? Schnellreise. Am besten tauschen wir mal die zwei hier. Dann haben wir Schaden und Betäuben getrennt. Dann reißen wir mal zu unserem Ziel. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Knallsaußenposten. Gleiter. Okay. Der Weg eines Jedi. Passen Sie auf sich auf. Das könnten wir uns eigentlich schon nochmal durchlesen. Der Weg eines Jedi. Nimm das Taxi in die Nars. Du bist auf Tython, der alten Heimatwelt der Jedi, eingetroffen. Da der Rat, der Jedi großes Potential in dir sieht, hat man dich als Padawan der angesehenen Meisterin Yon Paar gestellt. Leider ist dies ein schwieriger Zeitpunkt. Die Ureinwohner Tythons, die Fleischräuber sind in die Nars eingefallen, wo einige alte Leer-Hologramme entdeckt wurden. Meisterin Yon Paar hat dich entsandt, um diese unersetzlichen Artefakte zu bergen, ehe sie zerstört werden. Du hast die Nars erreicht. Finde und birg die Hologramme. Okay, das machen wir doch mal. Birg das Nordost, das Nordwest, Südost und Südwest-Hologrammen. Sehr schön. Stufe 1. Bewegen wir uns mal. Oh, da haben wir auch gleich noch eine Quest. Nett. Padawan, kommt zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Ich stelle mich der Gefahr. Was ist denn los? Ihr macht mir keine Angst. Was ist denn los? Sag mir, was hier vor sich geht. Dann kann ich euch vielleicht helfen. Ihr seid Meisterin Yon's Padawan, oder? Dann habt ihr bereits eine Kampfausbildung erhalten. Gut. Vielleicht könnt ihr helfen. Die Kurzversion ist, dass Fleischräuber das Trainingsgelände überrannt haben. Und nun ist eine Gruppe Padawaner ohne jegliche Kampfkenntnisse in den Hügeln gefahren. Was ist ein Fleischräuber? Was soll ich...